So. Du bleibst schön da hinten. So. Machen wir das so. Dann versuchen wir das mal zu verteidigen da oben. So. Ich würde oben gerne eine Balliste hinbauen. Dass wir das Gebiet schon mal grob safe haben zumindest. Das wäre echt super. So. Eigentlich müsste das locker gehen. Ohne große Probleme. Vor allem das werden eh gleich Veteranen hier. Also bald. Hoffe ich. Und so stark sind die zum Glück nicht. So. Zack. Ähm. So. Ich brauche die Farm da auf jeden Fall. Es hilft nichts. Fischhütte kann ich da nicht bauen. Äh. Aber ich brauche Nahrung. Weil ich brauche Soldaten. Die kommen jetzt nämlich gleich. Und dann kriegen wir zumindest das äh. Einigermaßen gut gesichert. Aber ich baue hier eine Balliste hin. Also hier dann. Dann können die oben und unten nämlich ballern. So. Und dann bilde ich Soldaten aus ohne Ende. Dann sind wir schon mal ganz gut safe. Und den Sliper bilden wir aus. Achso. Warte mal. Ha. Ich muss die da stehen lassen. So. Tam, tadam, tadam. Kann ich die runter luren? So. 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 Machen wir das hier klackig. Gut. Klack, 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 klack. So. Puff. Commander? Any orders? Building completed. Do you need me? So. Sehr schön. Jetzt können wir übrigens hier, nachdem wir das jetzt haben. Klack. Kack, klack, bauen wir das schon mal aus. Da brauchen wir Energie, aber das ist kein Problem. Weil wir jetzt zumindest mal ein bisschen, ähm, Platz zum Bauen. So. Da oben sind noch Gegner. Na komm, mach sie mal platt. Tag 16. Okay. Gut, also ich glaube, es sollte kein Problem sein. So, Storage Girl. Was? Und schon wieder gezahlt. Danke, Storage Girl, für den Sub. Und schön, dass du dabei bist. So. So. Mensch, Schäpe. Lord Haven needs to reconfigure the browser source to activate Tipping. Ne, Loots aktualisiere ich nicht mehr. Das muss ich noch rausnehmen. Ähm. Ich will das Loots nicht mehr verwenden. Das hatte seinen Grund... Das, äh, ja. Benutze ich nicht mehr. Das finde ich Blödsinn. Also aus einem relativ einfachen Hintergrund. Ähm. Das lohnt sich einfach nicht. Also das lohnt sich in keinster Weise. Und, äh, dann nutze ich das nicht. So. So. Ab August mein eigenes Internet. Yay. Party. Alle Party bei... Was fehlt denn? Ach, Holz. Äh. Party bei Hugo. Es gibt kostenloses Internet. So. Du benötigst mal Unterstützung beim Überarbeiten. Äh. Ja. Das ist, äh, durchaus wahr. So. Und Sniper gleich. Also Tag 20. Die Welle müssten wir locker hinkriegen. Weil jetzt kriegen wir jetzt Sniper noch. Und Ding und Dong und Tralala. Und hast du nicht gesehen. Energie haben wir. Ähm. Ich muss ja mal genügend Leute bauen. Weil ich brauche... Was brauche ich? Ich muss hier Dingens was erforschen. Hier. Den Steinmetz muss ich erforschen. Ich brauche den Steinmetz. Dann gibt es Holzkonstruktionen. Ähm. Steinkonstruktionen. Und dann können wir zumindest das Steinhaus bauen. Ähm. Das würde ich aber gerne da unten machen. Das heißt, ich würde da unten gerne, äh, weiter voranschreiten. So. Dann habe ich nämlich einen sensationellen Vorteil. So. Okay. Die sind gleich Veteranen. Sehr schön. Mach dir mal eine Platte bitte. Danke. Klack. Los, komm. Sehr schön. Jetzt geht es deutlich schneller. Jetzt machen sie mehr Schaden und sind deutlich schneller. Was ganz geil ist. So. Jawohl. So. Du brauchst mich? So. Da oben ist noch ein Gegner, glaube ich, irgendwo. Hier. Machen wir die noch platt. Dann bauen wir da die Mauer noch zu Ende. Hervorragend. Und das gleiche machen wir jetzt hier unten. So. Wo ist denn das Ende da unten von meiner... Dann machen wir es mal so. Klack. Ah, da ist noch mal mehr Stein da unten. Sehr gut. So. Ich packe mal da einen Soldaten hin. Weil da kann ich jetzt nämlich anfangen. Hier Steinmetze erforschen. Klack. Für Energie brauchen wir Arbeiter. So. Mal folgendes. Klack. Klack. Ausbauen. So. Ähm. Ja. Ich mach das so. Ich baue jetzt hier die Mauer dann noch hoch. Dann haben wir alles schon mal gesichert mit Mauern. Und wenn die Welle jetzt gleich kommt, die nämlich gleich anmarschieren wird. Äh. Dann haben wir alles schon mal grob gesichert. Schicken alle Soldaten, die wir haben. Nämlich die hier. Schicken wir einfach dann dahin, wo sie gebraucht werden. Und dann kommt da auch keiner durch. In Klammern hoffe ich. Ich hoffe, die kommen von Süden. Weil hab ich in hoher jetzt hier noch einen kleinen Fallback hier. So. Was fehlt hier? Arbeiter 4. Ja. Okay. Wir kriegen gleich genügend Arbeiter. Hoffe ich zumindest. Äh. Tam, tadam, tadam. Äh. Und die Artikel, ich brauche wirklich mal Hilfe beim Überarbeiten. Oder was heißt Hilfe beim Überarbeiten? Ich brauche einfach nur mal... Äh. Mehr Zeit, alles fertig zu machen. Ich habe einfach viel zu wenig Zeit. Das ist mein Problem. So, hier kann ich nirgendwo... Das ist toll. Weißt du, ich kann hier nirgendwo bauen. Ich könnte hier bauen. Ja, ist egal. Dann klauen wir uns halt ein bisschen Futter. Ist kein Problem. So. Nehmen wir das hier so. Dann gibt es wieder ein bisschen Nahrung obendrauf. Ähm. Und ich brauche den Stein mit dem Arbeiter 20, Energie 20. Okay, wir brauchen mehr Energie. Das kriegen wir aber bald hin, weil wir bald die Kraftwerke bauen können. So. Bei was braucht Hepe-Hilfe? Beim Überarbeiten des ganzen Channels so ein bisschen. Oder bei vielen so Kleinigkeiten, was ich über... So. Okay. Nee. Oh, puh. Puh. So. Wo kommt die denn plötzlich her? Ach, ich kann da durchlaufen. Das ist ja toll. Ah, das ist schön. Ich kann da durchlaufen. Das finde ich super. So. So. Okay, die waren nochmal, die kommen von hier. Das heißt, wenn wir uns folgendes... Achso, das war jetzt ein bisschen... Ein bisschen zu spät. So. Das ist nur eine kleine Welle, das sollten wir locker hinkriegen. Vor allem mit den Soldaten, die wir haben, sollte das eigentlich kein Problem sein. Auch wenn sie ein paar Dinger kaputt machen, aber... Insgesamt total legitim. So. Das war's auch schon. Sehr schön. Okay, das heißt, hier ist ja wirklich Kartenende auch schon. So. So. Klack. Dann machen wir hier mal unser Verteidigungsdingens einfach hin. Dass wir die Seite schon mal safe haben. So, wir brauchen Arbeiter. Klack. Jetzt brauchen wir Holz dafür. Müssen wir das alles upgraden. Klack, 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 klack. Äh, das kriegen wir aber hin. So, schauen wir mal. So, ich will mal da unten gucken, ob das unten verbunden ist. Wir brauchen den Stein da auf jeden Fall. Wir brauchen die Steinhäuser dann. Das heißt, wir brauchen auf jede Menge noch... Äh, jede... Äh, äh, ganz offene Sachen noch. So. So. Tag 33 kommt die nächste Welle. Die dürfte deutlich größer werden. Ja, es gibt mir etwas zu schütteln. So. Gut, dann machen wir hier schon mal... Äh... Jetzt muss ich kurz gucken. Das muss weg, das muss weg. Das weg. So. Klack. Zu viele Mauern im gleichen Gebiet. Okay. So, warte mal. Die Mauer kann weg hier. So. So, klack. Und klack. So. Haben wir das. So. Dann kommt mal alle hier, Kinders. Und, äh, sterbt ganz schön. Äh. Zack. So. Ich hoffe, die machen jetzt genügend Lautstärke. Das sind ein paar Gegner, äh, Heerluren. Das macht's dann insgesamt nämlich... ...bisschen einfacher. So, wir brauchen wieder Holz. Achtung. Ja, wir brauchen wieder Holz. So. Ist eigentlich eine ganz schöne Karte, wenn man ehrlich ist. Unsere Gefangenen sind attackiert. Du brauchst mich? Entstanden. So, Jeremy schreibt mir komische Sachen. Ist ihm so. Böse, Jeremy. Nein, das wollte ich gar nicht. Weg. Ah, weg. Warte mal. Ich mach was irgendwie anders hieben. Äh. 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 So. Klack. Wir brauchen Holz. So. Das reiße ich eben mal ein. So. So, den schicken wir da hin. Äh. Warum hier noch ein Billistin? Ich glaube, das sollte reichen. Das sollte nicht zu krass werden hier. Aber die Kolonie, es stimmt schon. Es hat ganz schön viele, ähm... Äh, viele Eingänge, das ganze Zeug hier. Sie attacken die Kolonien-Defenzen. Bereit und wartet. Tod, herzliche Tod. Kommander? So. So. Oh oh. Attention. Building completed. Of course, my commander. Do you need me? They are trying to break through. Royadat. Attention. Building completed. So. Do you need me? Äh, ähm. War fast, fast schief gegangen. Death. Lovely death. Tell me. Entstanden. So. Achso, wir brauchen einen Arbeiter dafür, ne? Wir brauchen einen Arbeiter. Tell me your darkest thoughts. So, da sind Gegner hinten. So, lass uns vom Heepie erklären. Wir brauchen einen Arbeiter. Äh. Koloniebevölkerung 1200. Okay. Ähm. Ich weiß es lustigerweise gar nicht mehr. Irgendwas war... Ich glaube, ich habe mich über Kupuro lustig gemacht, oder? Oder? Nee, ich habe mich nicht lustig über sie gemacht. Irgendwas wollte ich, glaube ich. Ähm. Ja, okay. Der Soldat ist jetzt weg. Der bleibt da jetzt stehen. So. Muss mal so. Ich muss ja zum Glück nicht alle Zombies hier platt machen, aber ich kann ein bisschen, äh, das Gebiet leer räumen. So, jetzt passt auf. Wir brauchen holziholz. Das machen wir dann so. Was fehlt? Arbeiter. Sehr schön. Äh. Äh. Was soll? Ist hier die Karte zu Ende? Ich will die trotzdem platt machen, alle da unten. So. Dann sind wir hier schon mal safe. So. That's it. Ähm, nee, es war, irgendwas war, glaube ich, wegen Elite oder so, dass Kupuro Elite ja keinen Spaß macht und sie deshalb nicht da ist. Irgendwie sowas war es, glaube ich. Bin mir nicht mehr ganz sicher. So. Oh Gott, ich schreibe viel zu viel. Ich konnte mich viel zu sehr aufs Spiel gerade. Was insgesamt ganz toll ist. Nachteil aber, äh, mir, mir entgeht zu unfassbar viel. Ja, ich brauch mir Holz. So. Was passiert, wenn ich jetzt einfach so auf Kill, auf Killing Missionen schicke? Ist das gut oder schlecht? Ich probier's mal. Die laufen irgendwie immer zusammen, das ist gar nicht mal so blöd. Äh, so. Klack. Klack. Okay, da haben wir ein paar Sachen da oben. Das geht ganz gut. Hier kommen die eh nicht rein. Äh, ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall, mehr Soldaten, mehr Sniper. Zack, alles reparieren. Also eigentlich müssten wir mit dem Konstrukt relativ gut jetzt fahren und müssten eigentlich alles einigermaßen platt kriegen hier, was, äh, was an Zombies hier rumfleucht und kreucht. So. Ach so. Ja, weil ich spame. Ach ja, genau, das war das. Genau. Aber ich nutze nur 20 mal dasselbe Zeichen. Heppies Bot ist halt... Nein, das stimmt nicht. Mein Bot ist super. Der wird nur missverstanden. Mein Bot wird nur einfach missverstanden. Das ist das Problem. Ähm. So, nichtsdestotrotz, ich hab ein Problem. Also ein total minimalistisches Problem. Äh. Ich muss mich mal weiter expanden. So, in der Zwischenzeit lasse ich diesmal... Ich glaube, das läuft nicht ganz gut. Aber ich glaube, die laufen immer zusammen jetzt, ne? Das heißt, damit krieg ich eigentlich die Map ganz gut leer jetzt. Und dann hab ich genügend Zeit, jetzt genügend Verteidigungen zu bauen, damit sie den Rest platt machen dann. So. Dann haben wir das. Dann baue ich hier unten gleich mal ne Mauer hin. Zack. Ein bisschen Holz kriegen wir ja zum Glück oben drauf. Ach, hier wollte ich eigentlich ne Dingens hinbauen. So. Ich erinnere mich, ich wollte hier eigentlich ne Mauer oder irgendwas... Ähm. Na? So. Ja, pass mal auf, weil mir das gerade zu heiß wird. Schicke ich die da runter, dass sie das verteidigen. Weil ich weiß nicht, ob die da herkommen. Hier passiert relativ eh relativ wenig, sag ich mal. Die machen das hier eh gerade alles platt. Also da sollte es kein Problem geben. Ah, okay, sie trennen sich doch. Damit hab ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass sie sich trennen. Ah ne, jetzt läuft er zurück. Jetzt hat er es gecheckt, dass die anderen in die andere Richtung laufen. Interessant. Sniper ist bereit. Sniper ist bereit. Sniper ist bereit. Ich brauche, dass ich die Schienen da absichern kann. So. Einen Sniper schicke ich da hin. Ah, hier ist eh Kartenende. Okay, machen wir es so. Klack. Dann kann ich jetzt hier anfangen, die Mauer zu bauen. Dann schicken wir das da hoch. So. So, Hippie, da hast du ein Angebot. Was? Nee, der kocht bestimmt besser. Der soll mich mal einladen. Was? Leider noch mal zum Essen ein, Kopuro. Nee, ich kriege... Das ist schon ewig her. Der macht sich darüber lustig. Was? Ah, ihr schreibt zu viel. Sorry. Achso. Nee, ich brauche 20 mal das Gleiche. Musst ein Hippie fragen, ob ich dir einen Freischein gebe. Niemand kriegt einen Freischein. Bei mir gibt es keinen Freischein. Für nichts. Oh. Da fehlt die Ballisten, übrigens. So. Äh. Achso, ich soll Kopuro zum Essen einladen. Ah, warum sollte ich das tun? Die Ballisten sind attackiert. So. Okay, haben wir das? Ich glaube, er hat auch ein Verhältnis mit seinem PC. Weil du... Was? Weil du Kopuro ganz lieb hast. Ja, schon. Aber das erklärt nicht, warum ich jetzt zum Echten einladen... Entschuldige. So. Der kocht bestimmt besser. Der soll mich einladen. Achso, habe ich schon vorgelesen, glaube ich. Ähm. Ob ich so gut koche, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Kann ich wirklich nicht beantworten. Also prinzipiell, ne? Wenn ich das hier jetzt noch mit Mauern absichern kann... Warte mal, sehe ich das richtig? Achso, ich brauche Gold. Ah! Ich flippe aus. Aber ich glaube, ich bin ja im Kartenrand schon komplett. Das heißt, das läuft eigentlich ganz gut hier richtig. So, ich muss... Ich mach das hier anders. Ich mach das jetzt hier so. So. Zack. So. Was? Hippies Wind aus, sexuell. Mit Frauen nicht so. Ah. Ich sitze nur einfach gerne am rechten. Außer, weißt du, das muss Kupuru gerade sagen dann. Beziehungsweise, äh, muss man über mich gerade sagen. Kupuru ist da viel schlimmer als ich. So, wir haben hier vier Tore hin. Dann ist das schon mal nicht schlecht. Und hier den Soldaten. So. Der kann hier oben alles lehrräumen da. So, Tag 33, kommt die Welle. Das ist die perfekte Welle. Das ist der perfekte Tag. Lass dich einfach von ihr träumen. Denk am besten gar nicht dran. Das ist die perfekte Welle. Das ist der perfekte Tag. So, ich muss jetzt viel mehr Ballisten auch bauen. Ich brauche auf jeden Fall Energie. Ich habe keine Energie mehr. Weil hier jetzt die ganzen... Was habe ich denn gebaut? Die Tesla-Tau habe ich gebaut und die paar Türmchen. Das ist nicht so gut. Ich brauche auf jeden Fall noch viel mehr an... Krass, die räumt wirklich die ganze Karte leer jetzt halt. Ich glaube, da kann sich mir echt nichts in die Quere stellen. Gerade die ganze Karte dürfte gleich leer sein. Und wenn die nächste Welle kommt, muss ich bloß gucken, von wo sie kommt. Und dann kann ich das relativ gut absichern. Hoffe ich zumindest. Also ich hoffe zumindest, dass ich es bis dahin schon einigermaßen gut gesichert habe. Ich brauche übrigens Arbeiter. Dafür brauche ich Energie. Das ist bloß die Frage, weil die kommen hier nämlich noch durch. Ich muss mir hier ein kleines... Temporärs Dingens bauen. Drei Tage habe ich noch, aber ich muss das nicht mal ganz kurz sichern. Dann brauche ich Arbeiter. I need workers. Wo baue ich die zum dümmsten hin? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Hier unten. Ob das gut geht, weiß ich nicht. So, ich weiß nicht, ob das so gut geht. Ich muss auf jeden Fall alle dann noch upgraden zu Steinen. Wie lange haben wir eigentlich Zeit? Bis Tag 77 haben wir Zeit. Das heißt, zeitlich reicht es eigentlich. Also zeitlich haben wir das geringste Problem. Achso, wieder weitermachen. Zeitlich sollte das kein Problem werden. In keinster Weise. Wir kriegen auch das Steinhaus da noch. Wenn ich das Ding jetzt endlich mal baue. Aber... Wir brauchen auf jeden Fall einen Haufen Gold noch.